Herbalife Herbalife ist ein außergewöhnliches, einzigartiges Unternehmen. Eines, das ich aus so vielen Gründen lieben gelernt habe. Einer der wichtigsten Gründe ist unsere Selbstverpflichtung, immer das Richtige zu tun. Seit 40 Jahren beruht unser weltweiter Ruf und Erfolg auf Integrität, Ehrlichkeit, Menschlichkeit und Vertrauen. Deshalb sind wir alle entschlossen, den richtigen Weg zu gehen. Zu jeder Zeit und in jeder Situation. Wir können nicht nur über Ethik und Integrität sprechen. Wir müssen es tatsächlich jeden Tag leben, in allem, was wir tun. Es kann keinen Zweifel an unserer Verpflichtung zu Integrität und Ehrlichkeit geben. Wir erwarten das von unseren Mitarbeitern. Wir erwarten das von unseren Geschäftspartnern. Wir erwarten es von uns selbst und wir erwarten es von euch allen. Menschen wollen mit Unternehmen und Organisationen Geschäfte machen, für die Ethik niemals optional ist. Und das betrifft uns alle. Was immer du also tust, in welcher Region du dich befindest, in welchem Land du dich befindest, nehme dir bitte die Zeit, dich mit deinen lokalen Gesetzen sowie unseren Regeln und Richtlinien für Mitglieder vertraut zu machen. Es ist der beste Weg, um dich und deine Geschäfte innerhalb des Unternehmens zu schützen. Und wenn du dir bei irgendetwas unsicher bist, wende dich bitte an Member Services oder unsere MPC-Teams. Sie sind da, um dich zu unterstützen. Wir können auf 40 Jahre großartigen Erfolg zurückblicken, in denen wir unsere Mission, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, in mehr als 90 Ländern der Welt nachgekommen sind. Und diese Art des Erfolgs ist nur möglich, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir das Richtige tun. Unsere Zukunft war nie vielversprechender. Und diese Zukunft hängt von der Integrität und Ehrlichkeit eines jeden von uns ab. Ohne sie ist nichts anderes von Bedeutung.